Ah, ne DSG1 ist da wenigstens. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt gegen die Gauss austauschen soll. Vor allem hat er die auch nur 12 Schuss. Ja, da behalte ich lieber das Gaussgewehr. Wo ist jetzt hin? Da ist es. Ah, unzuprof, wir haben... 5, 6, 7 Gegner. Das ist ja schon, ich habe mich nicht entdeckt, das ist schon mal etwas. Okay. Was habe ich noch für ein Visier? Ah, ein Sniper-Visier, das ist noch besser. Nein, ihr habt mich nicht entdeckt, ihr Wichser, ihr habt mich nicht entdeckt. Nein, habt ihr nicht. Was? Nur einer, schade. Oh, das war's jetzt. Nein, es ist zu gefährlich. Ah, was zum Hacken, sehr schön. Nein. Was? Scheiße. Das ist jetzt Kacke. Gut, probieren wir es nochmal. Es scheint nicht so einfach zu sein. Na doch, geht. Jawohl. Das Teil feiert jetzt da rüber. Ne, tut's nicht. Doch, was macht das? Was ist denn das überhaupt? Ein Sentry. Robotische Punktverteidigung. Aha. Noch ein Gegner. Muni. Was haben wir noch? Nichts mehr. Wenigstens viel war es, aber nicht für die Gauss. Scheiße. Oh, wenigstens haben wir hier... Oh, jawohl. Wenigstens ein MG, das bringt uns ein bisschen was. Äh, holo drauf und los geht's. Gucken wir mal, was wir noch... Ah, der Granatwerfer wäre schon Gold wert. Jawohl, der ist tot. Ne, den erledige ich so. Jawohl. Jawohl, der ist auch weg. So, dann haben wir hier noch schöne Minen. Ah, scheiße. Puh. Das war mal knapp. Wieder so ein Teil. So ein Sentry. Jawohl, gehackt. Dann haben wir da drüben noch einen. Das haben wir hier nicht. Na, Shotgun. Roger 4 ist sicher. Ich drehe hier oben meine Kreise. Sag Bescheid, wenn ich runterkommen soll. Gut. Diese Schwarmverstandenergieverbindung. Es wäre jetzt sinnvoll, wieder die Gauss zu holen. Sollte ich vielleicht sogar machen, wenn da hinten Spezialmonie ist. Ja, bitte. Hoffentlich ist die noch da. Nein, hier war es nicht. Äh. War das noch eins höher? Ja, war es. Hoffentlich ist die Gauss noch da. Nein. Oder? Scheiße. Dann haben wir Pech gehabt. Ah, Skar, AB. Nein. Sinnlos. Da ein Reefer. Was ist das? Da noch ein. Da ein Grant. Na, der ist aber grantig, hm? Komm schon, Dudu. Komm her. Jawohl. Oh, Scheiße. Jawohl, ein hab ich. Komm schon, jawohl. Ein Glück. Ah, deren Waffen kann ich höchstwahrscheinlich nicht nehmen. Nein, sie sind nicht da. Jetzt haben wir hier unten eine Rex-Ladung. Und Muni. Wir brauchen uns genauso wenig. Denn doch, es wäre nochmal eine Muni. Jo, das bringt uns schon noch was. Und wo geht's weiter? Einfach rauf impfen. Ah, Scheiße. Natürlich wie der Gegner, war ja klar. Jawohl, der wäre auch weg. Komm, du wirst auch noch sterben, mein Freund. Jawohl. Jawohl, da ist wieder Muni. Ordentlich, ordentlich. Besser geht's nicht. Jetzt gucken wir erst nochmal auf unsere Nano-Suit-Upgrades. Was wir da denn alles hätten. Wir haben zwei Freischaltungspunkte. Was haben wir hier? 20% EMP-Schutz. Ja, geht. 50% schneller beim Greifen von Kanten. Das habe ich drin, ist ja scheiße. Schnellere Tarn-Kills bringt uns nichts. Was Besseres haben wir hier nicht. Ja, nehmen wir halt das mal. Schnell beim Greifen von Kanten. Und hier längere Tarnungsdauer oder schnellere Gesundheitsregeneration wäre ich für das. Weil jetzt kommen bestimmt heftige, heftige Aliens. Und hier schaltet Luft trittfrei. Stärkerer Powerkick. Ja, geht. Jetzt haben wir noch schnelleres Nachladen. Zeigt feindliche Leuchtspuren an. Markeet Gefahren, Markeet Sprengsätze. Das ist nicht so wichtig. Nachladen schon mal super. Radar-Zoom-Upgrade. Heckhilfe. Feind-Sound-Boost. Ja. Ich muss den Lufttritt endlich mal verwenden. Das ist sonst sinnlos. So, dann lassen wir das mal so. Und wir gehen hier hin. Ah, da ist ja unser... Da ist ja der Prophet. Der liegt aber los. Ich will die immer zuerst markieren, damit man sie gleich überall in Sicht hat. Da hast du wenigstens lauter Grunts. Ah, stirbt, du Bastard. Komm schon. Puh, scheiße. Ah, so schnell kann man ins Gras beißen. Scheiße. Da oben ist ein Shadow. Mixer. Fuck. Komm schon. Nicht erledige ich noch. Nicht erledige ich noch. Scheiße. Nachladen wieder. Komm schon. Ja, den haben wir. Der soll jetzt auch mal ins Gras beißen. Na, komm schon. Jawohl. Und... Der ist auch weg. So, nur noch dieser Shadow. Ja. Oh. Ah, der will schießen. Was? Schon tot? Das wundert mich jetzt aber. Na gut. Ähm... 500 dahin. Okay. Wir haben jetzt quasi hier in die offene Welt und können hinrennen, wohin wir wollen. Das ist ja schon mal ordentlich. Ich würde fast vorschlagen, dass ich das Ziel da hinten nehme. Weil das ein bisschen näher dran ist. Alter, aber schon wahnsinnig die Kulisse hier. Das ist schon brutal. Da haben wir. Ah, da haben wir einen Tunnel. Oha. Pinger, scheiße. Und... Ja, Minen halt und was haben wir noch? Das ist schon mal super. Scheiße, wo ist das MG-Standard-Money? Äh, ja, die Sniper kann man direkt mal akzeptieren und... Nein, nein, ich will den... Komm schon. Nimm doch den... Diesen... Diesen scheiß... Das Ding da, wie heißt? Ciao. Ciao. Ah, mir egal. Ich renne jetzt da hin und hau dem jetzt das C4. Ah, scheiße. Komm schon, Zünde. Jawohl. Nein, das war auch nicht. Scheiße. Doch. Jawohl, zerstört. Puh. Was? Warum bin ich jetzt gestorben? Nee, ernsthaft. Das gibt's doch nicht. Lauter Pinger hier, das ist scheiße. Ich müsste, glaube ich, unbedingt die Dinger da hacken. Ja. Damit der dann draufsteigen kann und dann hoffentlich explodieren. Puh, scheiße. Das wird jetzt ein bisschen lustig. Was wäre das? Mörse-Einheit der Rebellen unterstützen. Äh, nicht. Oh, scheiße. Der kommt auf mich zu. Na, jetzt rennt er da weg. Komm schon noch schnell Muni holen. Ja, jetzt habe ich noch eine Raketenwehr verletzt. Ja, jetzt habe ich noch eine Raketenwehr verletzt.